Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Nummer 3604 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. So lieben wir den Strand und das Meer. Kein Mensch weit und breit. So lieben wir den Strand und das Meer. Kein Mensch weit und breit. So lieben wir den Strand und das Meer. Kein Mensch weit und breit. Am Wochenende lassen wir es gerne etwas ruhiger angehen, denn wir arbeiten die ganze Woche hart. Am Wochenende lassen wir es gerne etwas ruhiger angehen, denn wir arbeiten die ganze Woche hart. Beim Sport ist es wichtig, immer genügend Wasser zu trinken. Beim Sport ist es wichtig, immer genügend Wasser zu trinken. Beim Sport ist es wichtig, immer genügend Wasser zu trinken. Anna arbeitet für ein Unternehmen in Indien. Sie bedient eine alte Industriemaschine. Anna arbeitet für ein Unternehmen in Indien. Sie bedient eine alte Industriemaschine. Kommst du zu mir? Ich möchte dir etwas Schönes zeigen. Kommst du zu mir? Ich möchte dir etwas Schönes zeigen. Kommst du zu mir? Ich möchte dir etwas Schönes zeigen. Sandra nimmt ihre Songs zu Hause auf. Ihre Schwester Lisa bedient den Computer. Geben Sie mir bitte auch ein Stück von dem leckeren Käse. Warum beschuldigst du mich? Der Kompass stammt von einem alten Segelschiff. Der Kompass stammt von einem alten Segelschiff. Der Kompass stammt von einem alten Segelschiff. Ich weiß wirklich nicht, wovon du sprichst. Warum beschuldigst du mich? Ich weiß wirklich nicht, wovon du sprichst. Warum beschuldigst du mich? Jetzt kommen einige Wiederholungen. Du solltest deine Füße täglich mit einer Feuchtigkeitscreme eincremen, damit sie weich und geschmeidig bleiben. Du solltest deine Füße täglich mit einer Feuchtigkeitscreme eincremen, damit sie weich und geschmeidig bleiben. Du solltest deine Füße täglich mit einer Feuchtigkeitscreme eincremen, damit sie weich und geschmeidig bleiben. Du solltest deine Füße täglich mit einer Feuchtigkeitscreme eincremen. Du solltest deine Füße täglich mit einer Feuchtigkeitscreme eincremen. Das ist eine wirklich gute Idee. Ich mache das gerne mit dir. Kannst du mir vorlesen, was du da siehst? Versuch's doch mal! Nimm den rechten Fuß und ziehe ihn an den Körper heran. Ich habe viele Jahre lang trainiert, um am Ende diese Medaille zu gewinnen. Ich habe viele Jahre lang trainiert, um am Ende diese Medaille zu gewinnen. Wir trainieren gemeinsam vor dem Spiegel, um unsere Körperhaltung zu verbessern. Du hast den Nagel auf den Kopf getroffen. Du hast den Nagel auf den Kopf getroffen. Du hast den Nagel auf den Kopf getroffen. Ich hätte es nicht besser sagen können. Ich habe die große Pizza ganz alleine aufgegessen. Ich habe die große Pizza ganz alleine aufgegessen. Ich muss das Problem unbedingt noch heute lösen, deshalb habe ich kaum Zeit zum Essen. Ich zeige Ramon-Bilder von Korfu. Ich zeige Ramon-Bilder von Korfu. Vielleicht kann ich ihn ja überreden. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. Ich zeige Ramon-Bilder von Korfu. Schuss, Musik Schuss, Musik Schuss, Musik 1 Kurfu, Musik Musik 1